Der Zeppeler, lange ist es her. Ich habe ihn nicht gelernt kennen, aber es war natürlich ein anderes Standort. Ich glaube, dann hat es den Laden noch gar nicht so lange gegeben. Ich will euch kurz die Geschichte erzählen. Ihr wisst sicher alle, der Zeppeler hat sicher schon tausende Gitarren verkauft. Eine allerdings, bin ich mir sicher, ist, dass er sich geräumt, dass er sie fortgegeben hat. Und zwar ist es die da hier. Der Eppel, wo ist Veli? Voila, hier ist sie. Eines Steinbäger. Ja, ich habe es ja viel gespielt der Zeit lang. Schon ein Zeitchen her, aber ich habe wirklich sehr viel gespielt darauf. Viel darf ich Fortschritte machen. Ich habe solche Stile darauf gespielt. Und ja, jetzt sind wir mal vorgenommen. Es macht Freude. Und bevor Sie etwas vorspielen, möchte ich natürlich gratulieren offiziell. Und es gibt es ja auch tatsächlich. Gratuliere dir von Misono-Team und dem Zeppel für die 25 Jahre. Jubiläum. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ich denke, dir macht alles richtig. Sonst wäre er nicht der, der dir will. Wir spielen ein Stück von Frank Zappa. Natürlich. Weil Zeppel Zappa, das gehört einfach dazu. Das wissen wir. Ich selber bin nicht grosser Zappa-Kenner. Und überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen auf die Suche. Ich habe ein Stück gefunden. Es ist ein Instrumentalstück. Blessed Relief heisst es. Viel Spass und kein Jazz. Also ich habe nichts dafür. Noch nicht zu dürfen. Nein, ich bleibe nichts, nein. Musik 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 Musik